Ja, ich grüße euch zu einem Status-Update-Video hier auf meinem Kanal. Ein Format, was relativ selten kommt, aber wir sind wieder an dem Punkt angekommen, dass ich zu euch sprechen möchte, dass ich mit euch über eine gewisse Thematik bezüglich meines Kanals reden möchte. Es geht um die Fragen, die ihr mir stellt. Wann kommt der Test zum Sony A95A QD-OLED-TV oder dem Panasonic MZW 2004 OLED-TV bzw. dem OLED 908 von Philips? Diese Fragen lese ich momentan sehr häufig bei mir in den Kommentaren als auch bei uns auf dem Discord und das kann ich auch komplett nachvollziehen. Und ich möchte jetzt hier in diesem Video quasi auf diese Fragen mal antworten und ein bisschen erzählen und erklären, wie das bei mir auf dem Kanal abläuft mit der Organisierung von solchen Test-TVs. Dann ist es sehr wichtig, dass ihr versucht, das ein bisschen zu verstehen, um dann auch nachvollziehen zu können, warum bei mir auf dem Kanal es so ist, dass manche Fernseher erst später drankommen oder auch gar nicht und wie das alles soweit im Hintergrund abläuft. Okay, würde ich sagen, sprechen wir jetzt als erstes mal über den Sony A95L. Das ist wohl die häufigste Frage, die ich bei mir in den Kommentaren momentan lese. Ja, der Sony A95L ist ja jetzt auch vor gut ein, zwei Wochen auf den Markt gekommen, ist natürlich auch ein heiß begehrtes Gerät, da Sony vor allem mit der QD-OLED-Technik durchaus technisch in der Lage ist zu präsentieren, was die Technik wirklich kann. Und ich muss auch sagen, persönlich bin ich sehr interessiert daran, den Sony A95L zu testen. Warum teste ich ihn noch nicht? Das liegt jetzt nicht persönlich unbedingt an mir, sondern das liegt eher daran aufgrund des Budgets. Ihr müsst euch folgendes wissen. Ich lege pro Jahr ein gewisses Satz an Geld bereit, um hier auf dem Kanal entsprechend den gesamten Kanal zu finanzieren, um die TV-Reviews zu finanzieren. Denn der Großteil aller meiner TV-Reviews hier auf dem Kanal sind selbst finanziert. In Form entweder ich kaufe den Fernseher, um ihn zu testen in Vollpreis, oder ich miete den Fernseher auf einer Mietplattform für eine Mindestmietzeit von drei Monaten. Zu einem bestimmten Mietsatz meistens um die 200 bis 300 Euro pro Monat. Das ist auch alles soweit fein. Jetzt ist nur der Punkt angekommen, dass wir jetzt nicht im März 2023 sind, sondern wir sind im September 2023. Und wir sind quasi am Ende der TV-Saison. Das heißt, dieses Budget, was ich jetzt zu Beginn des Jahres bereitgelegt habe, ist jetzt nicht mehr in der Kapazität verfügbar, so wie es zu Beginn war. Und es ist natürlich so, dass manche Hersteller im Frühjahr ihre TVs auf den Markt bringen und manche Hersteller natürlich im späteren Teil des Jahres. Und dadurch ist es immer ein bisschen problematisch mit meinem Budget, da ich jetzt nicht unendlich viel Budget zur Verfügung habe. Und daher müssen wir jetzt hier an der Stelle so ein bisschen gucken, wie können wir den Sony A95L denn jetzt organisieren. Kaufen wird hier ein bisschen kompliziert, da wir es hier mit 3.300 Euro für die 55-Zoll-Variante zu tun haben. Und das ist natürlich eine Kampfansage. Da muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ich fand bei dem LG G3 die 2.800 Euro schon ganz schön heftig. Bei 3.300 Euro muss ich persönlich sagen, wird es jetzt langsam etwas zu heftig für mich. Das ist auch soweit in Ordnung. Trotzdem möchte ich natürlich sagen, ich möchte diesen Fernseher für euch testen. Allein auch für mich persönlich bin ich da sehr, sehr akribisch hinterher und möchte es auch unbedingt wissen, wie der Fernseher jetzt performt. Da gibt es für mich natürlich jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich miete diesen Fernseher über die Meet-Plattform, so wie ich es zum Beispiel mit dem Samsung Q, die OLED-TVs gemacht habe. Und da ist es jetzt so, dass diese Meet-Plattform nicht immer zum Release die Fernseher zur Verfügung stehen hat. Das ist meistens nie der Fall. Sondern sechs bis acht bis zehn Wochen nach dem Release kann ich das Glück haben, dass die Meet-Plattform den Fernseher zur Verfügung hat. Und das wird bei dem Sony A95L, wenn wir, ich sag mal Pech haben, durchaus der Fall sein, dass der, wenn dann erst zu diesem Zeitpunkt auf der Meet-Plattform verfügbar sein wird. Sobald er dort verfügbar ist, bin ich natürlich auch sofort bereit und auch am Start den Fernseher dort zu mieten und gleich hier auf dem Kanal zu präsentieren. Dementsprechend wird es mit dem Sony A95L wohl noch eine ziemliche Zeit dauern. Es kann natürlich auch sein, dass während ich jetzt hier sitze, dass die den gerade in den Shop quasi einpflegen und wir sofort loslegen können. Das kann sich dann dementsprechend auch alles ändern. Dann kann ich auch unterhalb dieses Videos noch einen Kommentar anpinnen. Aber grundlegend hat meine Erfahrung auch letztes Jahr mit dem A95K gezeigt, dass das ein paar Wochen dauern kann. Ich bin auf jeden Fall groß interessiert daran, den A95L zu testen, vor allem im Vergleich zu dem Samsung S95C als auch AGs G3. Okay, das zu dem A95L. Jetzt geht es weiter mit dem Panasonic MZW 2004, dem quasi Master MLA OLED TV 2023. Effektiv gleiche Geschichte. Hier haben wir es auch mit dem Fernseher zu tun, welcher preislich sich bei 3000 Euro bewegt. Auch ein Budget, wo ich sage, da sind wir dieses Jahr ziemlich knapp bei Kasse, um vorsichtig zu sagen, um den Fernseher wirklich zu kaufen und dementsprechend hier auf dem Kanal zu testen. Ihr müsst euch auch vorstellen, ich muss die Fernseher ja dann auch irgendwie wieder loswerden und ich werde die Fernseher nie zum Vollpreis wieder los. Das heißt, ich verkaufe die dann letztendlich immer wieder mit einem kleinen Verlust. Und daher muss ich dann mal gucken, ob sich das Ganze dann irgendwo dann auch rentiert, weil sonst ist der Kanal wahrscheinlich irgendwann auch zu Ende hier, weil die Fernseher halt quasi den Kanal komplett auffressen. Jetzt stellt sich hier die Frage natürlich, okay, TechTracks, wenn der Fernseher zu teuer ist zum Kaufen, können wir das irgendwo verstehen? Hast du die Möglichkeit, diesen zu mieten? Das wird schwierig bei dem MZW 2004. Es wäre jetzt ziemlich verwunderlich, wenn die Mietplattform auf einmal ein Panasonic TV der High-End-Klasse verfügbar hat. Die letzten Jahre war es nie der Fall. Und daher bin ich dann noch momentan relativ ernüchtert eingestellt, um es vorsichtig auszudrücken, ob wir den Panasonic MZW 2004 hier auf dem Kanal dieses Jahr wirklich zu dem Vollpreis uns anschauen können. Wenn er irgendwann im Preis fällt und wir uns das vielleicht im Frühjahr 2024 anschauen, wäre das noch mal ein anderes Thema. Aber jetzt vor Weihnachten bin ich mir nicht sicher, ob wir den Panasonic wirklich testen können. Es kann natürlich sein, dass in den nächsten Wochen hier irgendwas sich akribisch ändert oder extrem ändert oder wir die Möglichkeit haben, ihn doch zu mieten. Dann bin ich natürlich auch bereit, den Panasonic mir anzuschauen. Auf jeden Fall bin ich viel zu viel daran interessiert. Aber so rein jetzt aus der Sicht von Ende September 2023 muss ich sagen, dass es hier nicht so gut aussieht, was den Panasonic MZW 2004 angeht. Ja, und jetzt dann haben wir natürlich noch den Philips OLED 908. Auch das High-Ed-Modell von Philips, was natürlich auch technisch hier interessant ist. Wir haben es auch mit dem MLA-OLED-Fernseher zu tun. Und was man so hört, klingt jetzt auch ziemlich vielversprechend. Hier ist es auch ähnlich. Wobei, das ist eher ähnlich wie es mit dem Sony TV. Da haben wir auch wahrscheinlich die Möglichkeit, den Philips über die Mietplattform zu organisieren. Und das, so wie die Erfahrung bis jetzt gezeigt hat, immer auch gut sechs bis acht Wochen nach Release. Und der Release war jetzt so Mitte September. Also können wir uns so vorstellen, Ende November könnte es sein, dass der mir zum Mieten zur Verfügung steht. Zum Kaufen kostet er ungefähr 2.300 bis 2.500 Euro. Das ist etwas, wo ich sage, das könnte man noch realisieren. Je nachdem, wie jetzt auch der Kanal läuft in der nächsten Zeit. Das hat natürlich auch ein bisschen mit den Einnahmen zu tun, über die Werbeeinnahmen und so weiter, was ich da für Möglichkeiten habe. Was sicherlich durchaus auch relevant ist bei dieser ganzen Aktion. Da müssen wir dann schauen, wie sich das entwickelt. Der Philips kann durchaus sein, dass wir den noch vor dem Sony hier auf dem Kanal haben werden. Das auf jeden Fall dazu. So wird es ungefähr bei den drei TVs ablaufen. Ich bin grundlegend natürlich interessiert, die Fernseher zu testen. Aber ich muss schauen, wie ich das Ganze irgendwie finanziere. Ja, wenn ihr mich irgendwie unterstützen wollt, was diesen Kanal angeht, was die Refinanzierung angeht, bin ich auf jeden Fall euch sehr dankbar, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben geben könntet. Oder auch mal in anderen Videos. Das pusht natürlich den YouTube-Algorithmus, wo natürlich mehr Leute auf den Kanal kommen, sich die Videos anschauen und dementsprechend mehr Werbeeinnahmen stehen. Oder wenn ihr mich direkt unterstützen wollt und sagen wollt, jo, ich bin dabei, wir supporten dich, dann habe ich unten in der Videobeschreibung einen Link zu meiner Kaffeekasse. Darüber habt ihr die Möglichkeit, ohne Anmeldung oder Anlegen eines Accounts, mir eine kleine Unterstützung dazulassen, um den Kanal zu unterstützen. Da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar für alles, was ihr versucht, mir hier quasi zukommen zu lassen. Sei es ein Like, ein Kommentar oder ein Abo oder entsprechend ein kleiner Obolus in der Kaffeekasse. Das ist hier auf jeden Fall sehr essentiell für diesen Technik-Kanal. Jetzt gibt es natürlich sicherlich noch einige unter euch, die sich fragen, TechFrax, warum nutzt du denn keine Produktplatzierung? Wieso hast du denn kein gestelltes Gerät vom Hersteller? Das ist so eine Sache, das ist nicht so einfach, zumindest nicht mit meinem Kanal. Ich habe den Anspruch, hier auf meinem Kanal möglichst sehr transparente Tests zu präsentieren, möglichst ganz klar zu kommunizieren, ob der Fernseher etwas taugt oder nicht. Und wenn man natürlich jetzt einen Werbedeal oder eine Kooperation mit einem Hersteller eingeht, ist es natürlich immer im Interesse des Herstellers zu sagen, wir wollen aber jetzt nicht, dass der Fernseher irgendwie total im schlechten Licht steht oder dass da irgendwelche Tests oder Vergleiche durchgeführt werden, die möglicherweise dem Fernseher nicht quasi ins richtige Licht rücken. Das kann ich aus der Sicht der Werbung des jeweiligen Herstellers vollkommen verstehen, aber das steht ein bisschen im Widerspruch zu meinen eigentlichen TV-Reviews. Das heißt, wenn ich versuche, mit einem Hersteller zu kooperieren, ist es immer ein sehr, sehr langer Weg, um hier überhaupt diese Verhandlungen durchzuführen, dass wir quasi beide auf einem Nenner sind, sodass wir beide sagen, okay, damit können wir umgehen. Denn mir ist es sehr wichtig, dass ich sehr ehrliche Videos hier auf dem Kanal präsentiere, sehr transparente Videos, dass ihr wisst, okay, dieses Testvideo ist wirklich eins zu eins, so wie ich es auch ermittelt habe. Und das ist mir sehr wichtig. Dementsprechend bin ich eher darauf aus, immer zu sagen, okay, ich versuche die Fernseher erstmal selbst zu organisieren, um dann dementsprechend komplett frei von der ganzen Sache zu sein. Aber ich bin nicht abgeneigt, was das Thema Produktplatzierung als auch Werbefinanzierung angeht, aber da an dieser Stelle schon eher zu meinen Regeln. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt zu dieser ganzen Sache. Das wollte ich jetzt hier in diesem Video mal loswerden, euch mal ein bisschen erklären, wie das Ganze abläuft, wie das jetzt mit dem großen Fernseher von Films, Panasonic und Sony weitergeht. Wie gesagt, ich bin groß interessiert daran, aber wir müssen mal schauen, wie wir das Ganze umsetzen. Ich danke euch auf jeden Fall für euren riesigen Support. Auch in den letzten Monaten haben wir das so ganz stark hier auf meinem Kanal gesehen, dass ihr sehr stark dabei seid. Vor allem in den Livestreams hat mich das immer sehr gefreut, wenn ihr dabei gewesen seid. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall weiterhin viel Spaß bei mir auf dem Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!